Hallo, ich bin Sabrina und ich zeige dir heute den Malerberuf. Tapezieren, Mustertapete, das mache ich sehr gerne. Auch Türen, Räume, Fenster streichen, die man sich konzentrieren und schön vorsichtig. Bunte Wand streichen ist auch ganz schön. Und auch zwischendurch einfach mal eine Wohnung weiss durch streichen, dass man das auch wieder mal gemacht hat. Den Malerberuf empfehle ich allen, die in der Schule nie ruhig sitzen können, die immer etwas Kreatives machen, etwas mit den Händen und arbeiten. Am Abend ist man dann zwar fix und fertig, aber es hat mega Spass gemacht. Es ist wirklich sehr vielseitig und das ist das, was auch mega interessant ist. Es gibt auch solche Zeiten, wo man wirklich jeden Tag an einem anderen Ort ist. Und das finde ich mega leise.